Ich bin Maximilian Fürstenberg, bin 21 Jahre alt und mache seit diesem Semester hier in Mittweida an der Hochschule die Regie im Hochschultheater. Ich bin durch eine E-Mail aufmerksam geworden auf das Theater und da wurde nachgefragt, wer denn Lust hätte und Zeit hätte dieses Semester oder bis Dezember, es geht ja über zwei Semester, das Theater zu leiten oder auch in anderen Produktionsteilen mitzumachen wie Produktionsleitung oder Regieassistenz und weil ich schon vorher in Magdeburg, wo ich vorher gewohnt habe, viel mit Theater zu tun hatte, dachte ich mir, okay, machst du gerne Regie weiter und habe dann da mal gefragt und hingeschrieben und ja, wurde auch genau. Dieses Jahr gibt es die Besonderheit, dass wir das Theaterstück selber schreiben. Das heißt also, wir haben kleine Szenen erarbeitet, wir haben Übungen gemacht, kleine Spielchen und mittlerweile sind wir so weit, dass ich aus dem, was wir quasi in den Proben erarbeitet haben, jetzt ein 45-seitiges Textbuch zusammengearbeitet habe, zusammen geschrieben habe und sind jetzt quasi dabei, die erste Szene zu proben. Ich habe Theater, weil ich A meine Kreativität ausleben kann, also nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur dann in dem Falle, um Stücke zu schreiben, selber um Gedanken, die ich im Alltag habe, zu Papier zu bringen. Aber ich glaube, der größere Punkt ist, mal jemand anders zu sein und das ist so das Schöne am Theater. Einfach aus sich rauszukommen, mal extrovertiert zu sein, mal was gegen den Strich zu machen, anders als im Alltag, wo man eigentlich eher ein bisschen kleiner sein soll, ein bisschen zurückhaltend und ich sitze am Bushaltestellenhäuschen und denke mir so, okay, wenn ich jetzt anfange zu singe, dann gucke ich mich da neben mir doof an und das nimmt ja auch nicht so. Du gehst einfach voll aus dir raus und sagst, okay, ich mache das jetzt, Punkt aus, die anderen sind genauso bescheuert wie du. Also das ist das Schöne.